Hallo und herzlich willkommen zum Öle-Video der Woche vom Team Enjoy. Ich heiße Birte Göschel und ich zeige dir heute eine Öle-Mischung in diesem Video, das heißt The Gift, das Geschenk. Und da drauf ist ein Reiter, der reitet durch die dunkle Sternennacht. Der hat also Orientierung, aber es ist auch dunkel und es geht darum, dass er seinen Weg findet. Und dafür ist für dich die Öl-Mischung gemacht, dass du deinen Weg findest zu dir selbst in deinem Leben, das dir entspricht, das angemessen ist für dich. Und ich zeige dir, wie das geht. Dieses Öl kannst du auftragen in die Handfläche deiner linken Hand einen Tropfen, dann mit den beiden Fingern der rechten Hand rechts drehend aktivieren. Ich habe mir schon das aufgetragen und dann kannst du es erstmal inhalieren. Gib dir und dem Öl gerne Zeit und folge dann deinen Impulsen, ob du es als Parfum tragen möchtest, deine Handgelenke, ob es auf dein Herz möchte oder ob du noch einen anderen Impuls hast, wo das auf deinem Körper aufgetragen werden möchte. Ich finde diesen Duft geheimnisvoll, orientalisch auch sehr blumig. Es hat mit dem Jasmin zu tun, aber es hat auch was Stärkendes, was mich auf dem Weg begleiten kann und unterstützen kann. Und das sind ganz besondere Öle, die da ausgewählt worden sind, die so wunderbar zusammenspielen und wirklich mein Lieblingsöl ergeben. Da ist an erster Stelle die Eidaho-Balsam-Tanne. Die ist ein Baum mit einer Pfahlwurzel. Das heißt, er ist so fest verankert in der Tiefe der Erde und daraus zieht die Tanne ihre Kraft und dich lässt sie Anteil haben an dieser Wurzelkraft, wenn du dich so mit dem Wesen dieses Baumes verbindest, mit ihrem Duft, in dem die Seele einfach eingefangen ist und sich dir schenkt und dir hilft, dir zu finden, wo deine Wurzeln eigentlich sind. Deine Ahnen zum Beispiel können da auftauchen. Es kann auch sich zeigen, dass du in verschiedenen Welten lebst, dass du dir unter einen Hut kriegst und dass du in allen Welten und Lebenszusammenhängen verwurzelt bist. Oder was du am liebsten machst, wo deine Kraft ist, die du daraus schöpfst und nicht da reingibst nur, sondern die du davon bekommst. Dann ist heiliger Weihrauch drin. Das ist ein antikes Öl, das wird auch in der Bibel genannt. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Der Weihrauch verbindet dich nach oben mit dem Himmel. Es schützt dich von negativen Energien. Es hilft dir auch, dich zu reinigen von unerwünschtem Reisegepäck und irgendwelchen Energien, die gar nicht deine sind und die auch gar nicht zu dir passen. Insofern hilft es dir durch Schutz, dich zu stärken. Und es ist auch ein Öl, das hilft dir, Antwort zu bekommen, wenn du Fragen stellst. Weihrauch tue ich mir auch gern aufs dritte Auge. Das kannst du auch mit der Ölmischung machen, wenn ich Antwort brauche. Das nächste Öl hilft dir träumen, Visionen finden, dem zu folgen. Das ist Jasmin. Der Duft aus tausend und einer Nacht. Der Jasmin blüht auch nachts und hat die Energie der Liebe, die den ganzen Körper umfasst und die so stark ist, dass du über alle möglichen Ängste hinweg kommst. Es wird auch Frauen gerne unter der Geburt gegeben, weil sie sich dann auch lösen können. Genau wie das Übernächste, wie die Myrrhe auch, die sehr dunkel und sehr tief ist und sehr stark ist und dir durch Ängste durchhilft. Und dann so ein Weg zu dir durch dein Leben, der läuft nicht immer so geradeaus und auf der breiten Straße, sondern da kann es auch mal schattig werden. Und dann kannst du vielleicht etwas gebrauchen, was dir hilft, durch das Dunkel durchzugehen. Dann ist da eine Schwarzfichte drin, die von der Northern Lights Farm kommt. Also ein Land, in dem es Polarlichter gibt. Die sind da nachts drüber, ganz viel, ganz oft. Und die Lakota-Indianer, die haben dieses Nordlicht auch energetisch wahrgenommen und eingefangen und haben sich dadurch unglaublich stärken lassen. Und auch die Schwarzfichte, die wächst in Gebieten mit unglaublich schwierigen Bedingungen, mit Hitze und Kälte und das hält sie alles aus. Und sie schützt dich jetzt nicht vor Umwelteinflüssen, aber sie hilft dir deine Stärke wieder zu finden und kräftig dich. Dann ist da vetiver Gras drin, wieder ein beruhigendes Öl, aber wieder ganz anders, ein Wurzelöl. Und das hilft dir, in deinem Körper zu Hause zu sein, dich wohl zu fühlen, einfach zu existieren, da zu sein, wie ein kleines Kind, das zur Welt gekommen ist und erst mal reinfinden muss in sein Sein hier auf der Erde. Und da unterstützt es dich. Das ist also ein Basis- Öl für das erste Chakra. Deswegen kannst du diese Mischung auch auf allen Chakren anwenden, weil die Öle eigentlich alle Chakren berühren können. Und dann ist da noch Zistusöl drin. Das ist die Rose von Sharon, wie sie auch in der Bibel genannt wird. Die Rose von Sharon macht ganz zarte Blüten. Die sehen so ein bisschen aus wie zerknittertes Seidenpapier. Und wenn sich deine Seele auch so anfühlt, so ein bisschen zerknittert, ein bisschen vom Wind zerzaust, dann kann dir das Öl der Zistrose, beziehungsweise auch in dieser Mischung, das ist ja gleich dabei, dir helfen, dass du dich wieder entknitterst und dass du wieder da bist, dass du vielleicht einen Schreck am Wegesrand einfach liegen lassen kannst und dass du weitergehen kannst. Und es stärkt dein spirituelles Bewusstsein. Und das finde ich das Spannende an dieser Zusammenstellung der Einzelöle in dieser Mischung, dass sie dich so unterstützen, deine tiefste Identität zu finden, deinen Weg zu gehen, dein Zuhause zu finden oder auch auf dem Weg zu Hause zu sein, der für dich der richtige ist. Und dann ist nämlich nicht das Ziel das Entscheidende, sondern der Weg, dass du den richtigen Weg in der richtigen Weise gehen kannst. Und das wünsche ich dir, dass du es genießen kannst, zu leben, dass du dich wohlfühlst, dass du glücklich sein kannst und dass du deine Freiheit wahrnehmen und nutzen kannst und umsetzen kannst. Mit uns zusammen, dem Team Enjoy und mit unseren kleinen Freunden hier, dem Ösegift, das Geschenk für dich. Alles Liebe dir. Danke.